Entering the Ignorant Wunderschön Wunderschön So Wow Frech Frech, frech, frech Aber alles gut Uns geht's gut genug Das bisschen Schaden, was wir gefressen haben Ist voll in Ordnung erstmal noch Wir können weiterziehen Ich glaube die Lost Souls Mache ich hier schon mal weg Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so das Gefühl Dass Diese Map generell Sehr gut Dass diese Map generell eher gut sein wird Irgendwie habe ich so das Gefühl Das wird so was kleines, kurzes, toughes Und dieser Baron stimmt mir glaube ich zu dabei Bei dieser Annahme Ich habe leider das Fass nicht getroffen Das habe ich auch viel zu spät gesehen erst So Perfekt Ja wir haben leider Wir haben leider keine Oh nice Wir haben leider keine Prügelfaust Keine Kettensäge Wir haben Sehr viel Munition jetzt rausgeballert Wir müssen hier wirklich vorsichtig sein Ich habe auch so das Gefühl Das wird richtig tight gebalanced sein Aha Okay Das ist auf jeden Fall schon mal nett Aber ja Das bestätigt meine Annahme nur noch mehr Wenn ein Secret ist Dass du 5 Raketen kriegst Dann meint der Mapper es ernst Dann meint der Mapper es ernst Und dann bedeutet es Freu dich über die 5 Raketen Du wirst sie brauchen Das habe ich nämlich so das Gefühl Naja Da werden wir den Blue Key brauchen Frech Aber okay Schauen wir mal Ob ich recht behalten werde Aua Aua Also das war eine schmerzhafte Angelegenheit Aber wir räumen auch gar nicht so schlecht auf Ne Ich würde sagen Die Gegnerdichte ist für den Ich sag mal doch etwas geringeren Monster Count Und auf einem Oder Lol Nicht schlecht Auf einem moderaten Level Das hier freut mich auf jeden Fall Die ganzen Die ganzen Shotguns Okay Ja Das ist Probably mein Tod Ne nicht ganz Okay Okay man kommt zurück Man kommt zurück So einfach wird das Ganze also schon mal nicht Wir gucken uns erstmal weiter um hier Ich merke auf jeden Fall schon Die Revenants haben Bock Die warten nur noch auf ihren Auftritt Die warten nur noch auf ihren Auftritt Ja 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 Aha Oh je Sehr schön Okay Frech Komm nicht an den Rocket Launcher Ne So einfach wird es nicht Hm Und ich sehe auch eine Doppelläufige Und möchte sie natürlich gerne besitzen Mal eine Sache Die Moni nehme ich mir doch auch mit Ah Jetzt Aua Wow Ja gut Da mache ich dann nichts an der Stelle Weiter echt nichts an der Stelle Hm Na gut Nochmal das Ganze Ach wir treffen die hier ja auch gut Logisch Autsch Das waren Das war eine schmerzhafte Rakete Aber naja So Haben wir zufälligerweise noch Zufälligerweise noch irgendwo ein bisschen HP für mich Wäre man so nett Oh Ich meine Das ist schon mal gut Wir kriegen die aufs Korn genommen Ich habe ein bisschen Bedenken Wenn sich die ganze Zeit hier etwas Äh Rum Teleportiert Habe ich ein bisschen Angst So Na gut Schrotflint Munition ist tatsächlich zahlreich genug Dass wir da eigentlich relativ bedenkenlos zugreifen Äh Ich meine zuschießen können Und erstmal uns keine Gedanken machen müssen um Den Munitionsstand Die Raketen Spare ich mir dann doch lieber auf für Notfälle Ah Leute Guckt mal Das ist doch eine sehr erfreuliche Sache Okay Und dann kommt man hier zurück Kommt hier hoch Sehr schön Sehr gut Sehr gut Okay irgendwas War da gerade ein Pain Elemental Ich habe mich Vielleicht verguckt Aber ich dachte ein Pain Elemental gesehen zu haben Ach du Scheiße Ne ich habe mich glaube ich verguckt Boah Leute Mein Munitionsstand Äh mein Munitionsstand Meine HP meine ich natürlich Mir geht es nur noch mäßig Ähm Das ist gut Ich meine jetzt halte ich ein bisschen mehr auf Aus Ein bisschen Das ist nicht viel Aber ein bisschen Und manchmal reicht doch auch ein bisschen Oder nicht So Schnell euch weg machen Dann gucken wir mal Okay Jetzt hätte ich mir wahrscheinlich merken sollen Wo es hier schon mal diese Arten von Stäben gab Ähm Und hätte dann Wahrscheinlich Da dann jetzt hingehen sollen Oder Was ist denn da schönes Ich weiß nicht warum Ich das Secret hier jetzt bekomme Vielleicht weil ich zurückgegangen bin Statt ähm Vorwärts Vielleicht ist es so ein Secret Was sich einfach öffnet Mit der natürlichen Map Progression Für die Leute die dann backtracken Sozusagen Kann ich mir auch vorstellen Aber ich glaube Backtracking ist nicht was von Von Äh von mir verlangt wurde Das Secret selbst Ähm Ah Ja klar Ich war nach dem Karkus Und halt auch generell einfach Ein bisschen Ähm Zu fokussiert auf meinen Auf meinen zu dem Zeitpunkt Noch dürftigen HP Stand Ach du Scheiße Oh je Aua Oh je Oh je Ich gebe nicht auf Ich gebe nicht auf Das können wir vergessen Nein Oh Fuck Okay 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 Alles gut Das ist nicht so weit weg Ist nicht so weit weg Alles gut Alles gut Ah die Stelle War als gemein Leider Hatte eine Karku mich erwischt So schlecht Lief es gar nicht Insgesamt Insgesamt lief es eigentlich Ganz okay Es war nur wirklich Ein bisschen frech Ich hatte halt tatsächlich Nicht die wichtige Idee Äh mit dem So mit dem direkt abhauen Das hier ist doch besser Mit dem Platz hier Oh fuck Yep So So Mhm Sehr schön Aber 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 passt Wir schnappen uns das Wir schießen hier noch ein bisschen rum Autsch Frech Aber es ist nicht so schlimm Wenn wir da vorsichtig sind Sollte das alles noch Voll okay sein Wir müssen uns nur auf die Wow Okay nevermind Frechdachs Really Really ey Diese frechen Kleinen Elemente Ihren Lost Soul Meet Shields Ihr könnt aber auch Wirklich Ein Perfekt auf den Geist gehen Habt ihr ein Talent für So die Lost Souls Müssen dringendst verrecken Die Lost Souls sind hier halt Wirklich das Schlimmste Weil sie die ganze Zeit In meine Rockets fliegen Und dann auch noch Also in meine Rockets Aber genau auch noch Erstmal vor mich Und das beides in Kombination Bedeutet Schmerzen Für mich So Und ich möchte eine Sache Mir noch anschauen Bevor ich hier rausgehe Bevor ich hier rausgehe Ins Exit Habe ich nämlich noch Das hier gesehen Okay Ach da kommt man einfach Nur dann wieder zurück Ah Oh Das wäre ja eigentlich sogar Okay Das wäre eigentlich auch Eine gute Strategie Das hier drücken Schnell hier zu dem Schalter gehen Hier verduften Und dann kann man hier Wunderbar Raketen reinfeuern Ohne dass die einem Groß was machen können Ja 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 Aber gut Ja Kurz ist durchaus auch an einigen Stellen Safer Karkus mit dem Rocket Launcher Und vielleicht wäre das ein bisschen Eleganter gewesen Und wäre dann auch Besser gelaufen I don't know I don't know Am Schluss haben wir es geschafft Und das ist was zählt Aber ja Schönes Level Würde ich mal sagen Seht man sich bei der Nächsten Map wieder Bis dann Ciao